happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute die heute gewusst haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele heute mal wieder mech arena und zwar wettbewerb was das sind da fünf gegen fünf testmatch viel spaß die erste runde geht los 321 warum schießt denn der hier rum das ist so weit weg gehen wir mal voran lassen ok ein kill habe ich schon china kong kong das ist doch ein bot zurzeit liegen beim führung schon mal sehr gut der letzten sekunde haben wir verlor das artillerie habe ich ja jetzt rein gemacht ich glaube ich treffe keinen hier mit es una Der ist mal richtig kacke hierfür. Warum habe ich den genommen? Oh, ja. Ah, schon wieder verloren. Also was soll ich sagen, es ist nicht so gut gelaufen, wie ich dachte. Die nächste Runde wird aber besser. Das verspreche ich euch. Es ist ein Versprechen. Gut, dann bis gleich. Okay, und die nächste Runde geht los. Übrigens bin ich in der Gilde eingetreten, in der RFTM-Gilde, keine Ahnung. Hab mir gedacht, ich nehme hier mal einfach eine Gilde. Vielleicht habe ich da irgendwelche Vorteile. das ist nicht so super. Okay, ich kann da einfach mal ein bisschen schregen. Oh, das ist so gut. Ich möchte jetzt mal ein bisschen schregen. und aus dem 0 bislang. okay jetzt bin ich down. oh gleich drei stück down. ich sagte ja es wird besser sack. laden. und der nächste weggeflext. ok ok. 14 zu 9. wir bleiben erstmal bei dem. der hat sich ja sehr gut geschlagen. ich habe einen froschenhals. jawohl. für's blatt. ja komm. schneller laden. ach genau in der mitte durch. ich habe nicht getroffen. das kann doch nicht wahr sein. zack. ach wir laden. bester nachteil bei longarm die ladezeit. supi. hat er ihn gekillt? er hat auch mein kill sein können. aber egal. er war schneller. vielleicht hätte ich auch daneben geschossen. you have won the match. oh. mvp. nice. nice. dada 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 dada. fünf quest'e fertig. nice nice nice. dann sag ich mal. wir sehen uns gleich wieder. ok und die dritte runde geht los. Und wir wollen mal schauen, ob wir gewinnen. Ich hoffe schon, weil ich muss fünf Siegel in Folge machen. Eine Quest. Fünf Siegel in Folge. Fünf Siege in Folge. Wir haben da wohl ne Macke. Wer soll das denn machen? Hehehehe. Nicht mit mir. Oh, da. Ja, ja, ja. Bleib stehen. Bleib stehen. Ah, super. Ich, ich, ich wurde erwischt. Mit mancher Naipa. Wow. Ich wollte gerade weglaufen. Aber der bewegt sich nicht, wenn ich es möchte. Nein, nicht den. Nehmen wir den. Habe ich mal ein Schild nicht angemacht? Ach, Mensch. Ich glaube, diese Runde. Jawohl. Der letzte Kill, der letzte Sekunde. Ja. Ich habe es geschafft. So, wir probieren es wieder mit denen hier. Mit den Schan Naipa. Ah, ich war für das Platt. Da. Das shieldkopf. Das war's für heute. Hey, ich war doch schon lange weg. Sau du. Geh mal hier lang. Jawohl, ich hab ihn erwischt. Den auch. Wer hat mich da erwischt? Hat er sich angeschlichen? Feiglich. Okay, 1-1. Das wird noch mal spannend. Bleiben wir bei denen. Ich hasse die Waffe. Die Arc Terror. Oh, ich hab's. Das war auch. Oh, ich hab's. Oh. 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 Ja, 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 ja. Warte, wir wieder fallen die an. Boah! Und nix! Verloren! Ach, so ein Mist aber auch, das gibt's doch nicht! Verloren! Alles Hacker hier, alles Hacker! Na gut, egal. 30 Punkte verloren. So werde ich doch nie Erster in der Weltrangliste die Nummer 1. Na ja, egal. Ich würde mal sagen, das war's dann für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nicht so dabei seid. Bis dann mit euch. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao! Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020